So, bitte Zahl, 19,60 Euro, da sehen wir auch das Datum, wir sehen die Uhrzeit. Jetzt versuchen wir die EC-Karte einmal, einmal reinstecken bitte. Leider funktioniert dieser Automat nicht. Ja, aber da steht ja noch nicht mal eine Feder. Halt doch mal die Klappe jetzt hier. Wir drücken auch nochmal nach. PIN-Fed, nicht Betriebsbüro... Deswegen hat sich diese Aufnahme jetzt gerade... Wenn das Ding nicht wiederkommt, ne?